So, ich bin's wieder, Tom L.P. und, ähm, wie ihr seht, ich wollte eigentlich gerade aufnehmen, ganz normal. Da dachte ich mir so, oh, Tom L.P., hast ja noch gar nicht aufgenommen, Tom L.P., da nimmst du jetzt auf, Tom L.P. Und, ja, dann klicke ich da drauf und, ah, geht gleich los, freu mich schon, Aufregung, stark, Herz, Pauch. Und dann steht da sowas wie, Verbindungsaufbau, fehlgeschlagen, Anmeldung, fehlgeschlagen. Die Anmeldung, Server, sind derzeit zur Erwartung heruntergefahren. Und da denkst du dann schon, Mensch, hat dir jetzt jemand in Zern geschissen? Nee, hab ich nachgeguckt, war nicht. Sondern, Anmeldefehler da. Und das liegt da natürlich schon auf, vor allen Dingen, weil das, ähm, nicht nur, nicht nur auf dem Einzerver ist. Ich komme auch nicht mehr in meine normale Welt. Das war falsch. Ja. Ja, das geht dann derselbe Kack, ne? Leute, da kann ich nichts für. Das heißt, äh, heute kommt dieses Video. Und dann ist ja eigentlich für Samstagabend ein Horror-Game geplant. Ich werde das halt nicht weiterspielen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das hat mir nicht gefallen. Es wird wahrscheinlich dann, weil ich, vorprogrammieren muss, weil ich wir auch in den Video nicht damit. Es ist heute Donnerstag, der 10.04. Und dann werde ich. Heute und wenn das kommt und morgen Freitag wird. Nur ein Video kommt und zwar ein Horror-Video. Sollte das ein länger Partiges sein, also mehr Parts, werden Samstag noch zwei Folgen. Dann werden das aber nur 10 Minuten Parts. Ich versuche mal eins zu finden, falls das Spiel am Freitag schon euch ist. Es ist ein kurzeses. Gibt Samstag noch eins. Jetzt ist das ein Deal. Das ist ein Deal, würde ich sagen. Also entschuldigt, dass das Video so ein bisschen kurz ist, das ist ein bisschen blöd. Jetzt Donnerstag. Ich wollte eigentlich schön Samstagabend spielen. Aufs Black nur unter, auf jeden Fall. Jetzt soll ein bisschen mehr akzeptieren, dann können wir auch nichts ändern. Und dann, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wird mich über eine positive Bewertung sehr freuen für dieses Video, weil es ist ja trotzdem gut. Dann sehen wir uns morgen wieder beim neue Horror-Game. Vielleicht am Wochenende auch zu 2. Insgesamt vielleicht auch nur 1, was wir dann länger mal spielen. Ist ja auch schön, wenn es die Regeln gibt. Aber schnell ist es, müssen wir über den Sobatten halt. Okay, auf jeden Fall. So machen wir das. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.